Ah, das funktioniert also sooo... nicht. Gibt's irgendwas, was Strom braucht, um irgendwas einfach herzustellen, einfach aus Jux und Langeweile? Ja, wenn du weißt, wie viel Zeug da drin ist... Ja, heute. Mh, Poch, ey. Ja. Tricksau. Mh, mh. Ups. Bärschmied die ganze Zeit. Ja, du. Ausgerechnet du. Ja. Ausgerechnet du Jodelkopf. 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 Kann keiner hören. Klar. Mein Gott, ey. Was mach ich denn hier? Hoffentlich sterben. Fick dich, du Arsch. Also hast du auch... Bist auch immer gemeint zu mir. Nein. Doch. Hoffentlich zu lügen. Jetzt hab ich da hinten zehn gemacht, ne? Eins, zwei, drei, vier... Ich bin immer ganz lieb, weiß lieber. Sieben, acht, neun, zehn. Das muss jetzt genau passend sein. Die geben hier... Die machen hier Beatbox hier drinnen. Ja. Die Blazes, ja. Die feiern richtig ab. Nein, das ist normaler Cobblestone. Fuuu. 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 So. Jetzt wird nur noch die Decke. Bestimmt ist die Kartoffel... Oder die Zelle ja auch voll, ne? Ah, die ist auf. Es gibt nichts, wo ich mit einfach Strom verbrennen kann. Das Ding hat auch nicht mal ein Stack verbraucht. Richtig. Oh. Was hat der denn hier? Blood Run? Ach, der hat hier oben ein Blatt Magic reingemacht. Gut. Das wird jetzt, äh, natürlich jetzt anders laufen, ne? Wollt du nicht mal es um? Doch. Nein. Sicher brauche ich mal es um. Ich bin voll gerne der Umbauer. Ich merke das. Oder? Noch eine, noch eine höher. Ne, das reicht, oder? Ne, das reicht, das reicht mir nicht. Ja, das ist ja das. Ach ja. Oder? Sei das da. Ne, mach ich ruhig nur noch eine Reihe drauf. Könnte ich eigentlich machen. Dann machen wir nämlich die Decke damit richtig so... Fuck. Ne. Hopp. Ah. Kommt noch so gerade drunter. Ah, falscher Block. Jetzt sind hier die Small Bricks. Ich habe hier Zaunspack, deswegen so viele Monster drunter, oder? Oh, Alter. Man hört es einfach nicht. Was war das denn gerade für ein Geräusch? Nix. Ich habe wieder gemacht. Ich komme hier zum schnellsten an die... an die Dinger ran. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Oh. Alter, die stinker, ne? Tch. Weißt du, den lässt man gerade ein Loch offen, ne? Da kommen die schon rausgeschissen. Oh. Oh, da kommen viele raus. What the fuck? What the fuck? Is Mob Griefing aus? Ja. Ja. Also brennt auch nix, ne? Doch. Oh mein fucking Gott, wie viele da raus kamen. Scheiße, ich muss die Monster einmal ausschalten. So, Firetick ist nämlich... Nicht... Oh. Jetzt habe ich ne Arsch gerade. Jetzt brennt hier alles mal alles ab. Hier ist es aus. Okay, danke. Scheiße, Herrlich. Die... Ey, da weiß ich nie, wie viele da rausgekommen sind, ne? Da würde ich nicht hingehen. Die machen nicht eiskalt. Ich schütte da jetzt Wasser rein. Stirbsgleich eh. Ich will nicht wissen, wie viele da rausgekommen sind. Das hat einmal plapp gemacht und dann kam ein richtiger Schwung von diesen Wichsern raus. Ja. Aber richtiger Schwung. Von den kleinen Stinkern. Da habe ich nur 30 FPS. Ja, weil da so viele rauskamen. Deswegen will ich ja einen Gwinder da hinbauen. Die... die sammeln sich da an wie die Pest. Oh, fick dich doch. Deswegen... da kamen Massen... da weiß ich nicht, so 20 Stück oder so raus. Deswegen sag ich, die Spawner sind irgendwie aggressiver. Ich bin auch gleich tot. Ja, besonders, dass ich gerade hier unten bin, wo es eigentlich voll total scheiße ist. Ja. 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 Das ist, weil die... Ich weiß nicht, ob die Spawner aggressiver werden oder so. Ich... Keine Ahnung. Ich habe einen Plan. Ja, das hier. Ja, vielleicht sind generell aggressiv. Ja, so ist das ja nicht schlimm, dass sie so aggressiv sind, ne? Aber... die ähm... Dass die Masse da so rauskamen. Deswegen will ich ja den Gwinder hinmachen. Ist ja echt ein Block oben mitgespawnt. Wo? Ja, ja. Der spawnt immer klar. Pfff. Sind richtig aggressiv geworden. Toll. Ist da gerade... Komma hier. Ist da gerade Erde angebrannt. Da. Ja. Ja. Feuerball ausgemacht? Äh... Hoffe ich mal. So, ist wieder an. Feuer. Feuer. So. Ja, aber lass mal eben noch ein kurzes... Pissvoll. Alter. Ich komm nicht... Nein, nein, nein. Ich sterbe wegen Wasser. Und gleich. Ist abgesoffen. Ne, ne. Ich hab eben kurz. Ach, schade. Kurz die Scheiß-Conveyables weg. Nehmen wir nochmal ein Dirt hier.